Wolfgang Müller Wiener, 25. März 1991 in Istanbul, war ein deutscher Bauforscher. Nach einer Lehre als Zimmermann studierte er von 1948 bis 1951 an der Technischen Hochschule Karlsruhe Architektur und promovierte 1954 über das Thema Entwicklung des Industriebaus in Baden. Von 1962 bis 1967 war er zweiter Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo und leitete während dieser Zeit die Grabungen von Abu Miener bei Alexandria. Nach seiner Habilitation 1965 an der Technischen Hochschule Karlsruhe wurde er 1967 ordentlicher Professor für Baugeschichte an der Technischen Hochschule Darmstadt. 1976 wurde er zum ersten Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Istanbul gewählt. Von 1974 bis zu seiner Pensionierung 1988 leitete er die Grabung in Mille, wo er selbst drei hellenistische Tempel und Heroin mit Berthold Weber und die frühchristlichen Bauten untersuchte. Zu seinen Ehren wurde der Gästetreck des DAI Istanbul Wolfgang Müller Wiener Kolleg genannt. Schriften mit Armin von Gerkan Das Theater von Epidauros W. Kohlhammer, Stuttgart 1961 Mittelalterliche Befestigungen im südlichen Ionin In Istanbuler Mitteilungen Bd. 11 ISSN 0341-9142-1961 S. 5 bis 122 Die Stadtbefestigungen von Izmir, Sigaychik und Kandali Bemerkungen zur mittelalterlichen Topografie des nördlichen Ionin In Istanbuler Mitteilungen Bd. 12 1962 S. 59 bis 114 Burgen der Kreuzritter im Heiligen Land auf Zypern und in der Ägäis Deutscher Kunstverlag München unter anderem 1966 Bildlexikon zur Topografie Istanbuls Byzantion Konstantinopolis Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Basmut Tübingen 1977 ISBN 3-80301022-5 Von der Pullis zum Kastron In Gymnasium Bd. 93-1986 S. 435 bis 475 Griechisches Bauwesen in der Antike Beck München 1988 ISBN 3-406-32993-4 Die Häfen von Byzantion, Konstantinopolis, Istanbul Basmut Tübingen 1994 ISBN 3-80301042-X Die Häfen von Byzantion, Konstantinopolis, Istanbul